Investitionsrechnung, Gewinnvergleichsrechnung, Beispiel mit Lösung. Im Rahmen der Gewinnvergleichsrechnung, welche den statischen Verfahren der Investitionsrechnung zugeordnet werden kann, werden die Gewinne einer Periode, also beispielsweise eines Geschäftsjahres, von zwei oder mehreren Investitionsalternativen miteinander verglichen. Um die Gewinnvergleichsrechnung durchführen zu können, benötigen wir einerseits die Erlöse einer Periode und andererseits die Kosten einer Periode, weshalb im Zusammenhang mit der Gewinn- und Vergleichsrechnung von einer Erweiterung der Kostenvergleichsrechnung gesprochen werden kann. Die Gewinn- und Vergleichsrechnung kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn es sich einerseits um unterschiedliche Ausbringungsmengen der Investitionsalternativen handelt, oder aber auch, wenn aufgrund von unterschiedlicher Qualität unterschiedliche Verkaufspreise erzielt werden können. Wie die Berechnung nun genau funktioniert im Rahmen der Gewinnvergleichsrechnung sehen wir uns jetzt anhand eines konkreten Beispieles an. Hierfür habe ich Ihnen folgende Aufgabenstellung mitgebracht. Die DNB GmbH ist ein Produktionsunternehmen, welches im Rahmen einer Erweiterungsinvestition eine Produktionsmaschine anschaffen möchte. Das Unternehmen ist sich jedoch unsicher, für welche Maschine es sich entscheiden sollte. Es stehen zwei Investitionsalternativen zur Auswahl. Welche der beiden Investitionsalternativen empfehlen Sie der DNB GmbH auf Basis der Gewinnvergleichsrechnung? Im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung haben Sie bereits die Gesamtkosten, also die Variablenkosten, die Fixkosten, die kalkulatorische Abschreibung, sowie die kalkulatorischen Zinsen berechnet, und das für beide Investitionsalternativen. Und wenn Sie jetzt an dieser Stelle nicht wissen oder nicht mehr wissen, wie Sie die jeweiligen Kosten berechnen, die hier gerade angesprochen worden sind, dann empfehle ich Ihnen zuerst noch einmal einen Schritt zurück zu gehen, und zwar zu unserer Lektion Kostenvergleichsrechnung, wo Sie die Berechnung dieser einzelnen Kosten erlernen, denn die Kostenvergleichsrechnung ist die Basis, um die Gewinnvergleichsrechnung überhaupt durchführen zu können. Denn ohne Kosten kann kein Gewinn berechnet werden. Weiters haben wir dann als Angabe eben zwei Maschinen, die beiden Investitionsalternativen, also die Maschine A und die Maschine B. Der Verkaufspreis pro produziertes Stück beträgt 1,05 Euro pro Stück, bzw. 1,25 Euro bei der Maschine B. Weiters werden pro Jahr 425 Stück mit der Maschine A produziert, bzw. können dementsprechend produziert und verkauft werden, bzw. bei der Maschine B 400.000 Stück pro Jahr. Und die Gesamtkosten auf Basis der Kostenvergleichsrechnung betragen 105.000 Euro pro Jahr bei der Maschine A und 125.000 Euro pro Jahr bei der Maschine B. So, und jetzt können wir auch diese Gewinnvergleichsrechnung durchführen, wenn wir jetzt die Aufgabe einmal gelesen haben. Und dazu müssen wir uns zuerst überlegen, wie lautet die Formel zur Berechnung. Also grundsätzlich gilt, der Gewinn wird errechnet, indem wir die Erlöse haben als Basis und von diesen Erlösen die Kosten dementsprechend abziehen. Und ergänzend müssen wir dann auch noch wissen, damit wir auf die Gesamterlöse kommen, müssen wir den Verkaufspreis mit der Menge multiplizieren, um so die Erlöse zu errechnen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Starten wir zuerst mit der Maschine A und mit der Berechnung der Erlöse. Weil wir sehen hier keine Gesamterlöse gegeben und wir möchten den Vergleich nicht auf Stückebene durchführen, sondern dementsprechend auf Gesamtebene. Der Verkaufspreis ist 1,05 Euro pro Stück bei der Maschine A und wir produzieren 425 Stück pro Jahr. Und dementsprechend müssen wir jetzt den Verkaufspreis 1,05 mit 425.000 multiplizieren und somit ergibt sich ein Erlös von 466.250 Euro bei der Maschine A. Und dasselbe machen wir mit der Maschine B. Hier haben wir 1,25 Euro pro Stück Verkaufspreis und 400.000 Stück pro Jahr. Und dementsprechend müssen wir die 1,25 mit den 400.000 Stück multiplizieren, um so 500.000 Euro Erlöse zu errechnen. Ja, jetzt haben wir mal die Erlöse, also den ersten Teil der Formel. Jetzt brauchen wir noch die Kosten. Die Kosten haben wir bereits im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung errechnet, beziehungsweise sind gegeben. Und somit brauchen wir diese Kosten dann nur mehr vom Erlös abziehen. Das heißt, wir haben bei der Maschine A 446.250 Euro Erlös berechnet. Hiervon ziehen wir die 105.000 Euro Kosten ab, welche wir in der Angabe finden. Und daraus ergibt sich dann für die Maschine A ein Gewinn von 341.250 Euro. Und auch hier müssen wir dasselbe wieder mit der Maschine B machen. Wir haben 500.000 Euro Erlöse errechnet und 125.000 Euro Gesamtkosten auf Basis der Kostenvergleichsrechnung. Diese Kosten ziehen wir wieder von den Erlösen ab und kommen so auf einen Gewinn von 375.000 Euro bei der Maschine B. Ja, und somit sind wir auch fast schon am Ende. Jetzt müssen wir nur noch die zwei errechneten Gewinne miteinander vergleichen. Bei der Maschine A haben wir 341.250 Euro und bei der Maschine B 375.000 Euro Gewinn. Ja, und wofür sollte sich jetzt die DBN GmbH entscheiden? Ja, natürlich für diese Maschine, wo ein höherer Gewinn erwirtschaftet werden kann. Also immer unter der Voraussetzung, dass wir eine Entscheidung auf Basis der Gewinnvergleichsrechnung treffen und andere Entscheidungskriterien außer Acht lassen. Und dementsprechend wissen wir, 375.000 ist höher als 341.250. Und dementsprechend sollten Sie der DNBG oder der DBN GmbH die Empfehlung aussprechen, sich für die Investitionsalternative B zu entscheiden, also für die Maschine B zu entscheiden. Keine B.